Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Foreland und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie ich meine allererste Immobilie in Dubai gekauft habe. Sie hat einen Wert von rund 300.000 Euro. Ich möchte nicht selber drin wohnen, sondern sie wirklich einzig und allein als Investition betrachten. Wie ich dort vorgegangen bin, welche Kosten ich habe, welche Renditeerwartungen ich habe und so weiter, das zeige ich dir alles in diesem Video und möchte dich da auf eine kleine Reise mitnehmen. Ja, mein Ziel ist es also, eine Immobilie in Dubai zu kaufen, die ich anschließend vermiete und die zusätzlich im Bestfall natürlich auch noch an Wert zulegt. Ja, falls du meine persönliche Ausgangslage nicht kennen solltest, dann möchte ich das auch noch mal kurz näher bringen. Also ich persönlich bin zum Jahreswechsel 2021 auf 2022 nach Dubai ausgewandert, wohne aktuell zur Miete im Burj Khalifa und bin hier sehr, sehr zufrieden in Dubai und letztendlich, ich habe auch in den letzten Jahren schon stark investiert, nämlich vor allem in Aktien. Dort habe ich zwei Portfolios aktuell, zwei Depots mit einem Gesamtwert von rund 910.000 Euro, habe zusätzlich ein Kryptowallet mit rund 66.000 Euro und bin auch noch in P2P-Krediten investiert mit rund 6.000 Euro. Du siehst also, ich habe insgesamt schon sehr, sehr viele Anlageklassen abgedeckt, ich bin gut investiert in Aktien, ich habe schon einiges Geld in Kryptowährungen drin und ich bin auch in P2P-Krediten investiert. Ja, das Einzige, was noch fehlt, ist eine Immobilie. Und da ich hier eben noch keine habe, möchte ich eben mich noch mehr breiter aufstellen, noch mehr diversifizieren und jetzt eben auch noch eine Immobilie ins Portfolio reinholen und dort eben auch noch vom Dubai-Immobilienmarkt profitieren, der eben sehr, sehr stark am steigen ist aktuell. Ja, mein Budget und meine Erwartungen, also wie gesagt, ich habe rund eine Million Euro aktuell schon einen Investitionswert eben in Aktien, in Krypto und in P2P-Krediten und damit es eben auch sinnvoll verteilt ist, möchte ich jetzt rund 300.000 Euro in eine Immobilie investieren. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig und macht eben genau Sinn eigentlich für mich, weil ich eben trotzdem noch Aktien als Hauptinvestition habe, hier eben rund 300.000 Euro zu investieren. Okay, meine Renditeerwartungen sind rund 6% pro Jahr an Mieteinnahmen plus eben eine Wertsteigerung im besten Fall und ich denke, das ist durchaus machbar, vor allem in Dubai und wir beschäftigen uns natürlich jetzt auch mit der Frage, warum ausrechnet Dubai und nicht zum Beispiel in Deutschland. Klar, auf der einen Seite privat, ich wohne in Dubai, habe hier in dem Fall auch keine Steuern, die ich zahlen muss, wenn ich eine Immobilie in Dubai kaufe. Wenn ich jetzt eine Immobilie in Deutschland kaufen würde, dann müsste ich dort auch trotzdem Steuern zahlen, das möchte ich natürlich nicht und in dem Fall möchte ich eben auch vom boomenden Immobilienmarkt in Dubai profitieren, denn vor allem in Deutschland ist es so, dass eben ja eine Art Blase sich schon aufbaut, also die Preise extrem angestiegen sind und man sieht es ja, der UBS Bubble Index, München und Frankfurt auf Platz 1 und 2 und Dubai auf dem vorletzten Platz, also Dubai noch weit entfernt von einer Blase und in dem Fall wirklich auch noch sehr, sehr fair bewertet die Immobilien in Dubai. Man bekommt auch noch sehr, sehr viel für sein Geld, also du bekommst zum Beispiel mehr als in Istanbul und ich denke doch, Dubai ist doch etwas attraktiver aktuell für Touristen, aber auch für Geschäftsleute als Istanbul und in dem Fall eben auch eine sehr, sehr boomende Stadt, wo man aber immer noch viel Wohnfläche für sein Geld bekommt. Letztendlich sind auch die Preise in den letzten Wochen und Monaten stark angestiegen, weil eben immer mehr Leute in Dubai eine Immobilie kaufen und in dem Fall auch der Markt anzieht. Man sieht es hier, in den letzten Jahren ist der Markt auch durchaus volatil gewesen, aber eben aktuell ganz klar in einer Boom-Phase und da möchte ich auf jeden Fall dabei sein. Und ja, wenn man eine Immobilie in Dubai kaufen möchte, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal den Secondary Market, also eine bestehende Immobilie zu kaufen oder Off-Plan, also quasi eine Immobilie, die eben noch nicht physisch vorhanden ist, aber eben schon geplant ist und das ist so im Prinzip der Unterschied bei dem Secondary Market, also wo quasi eine Immobilie schon gebaut ist und auch schon verkauft worden ist, zahlst du eben auch Maklergebühren von rund 2%. Bei einer Off-Plan-Immobilie zahlst du keine Maklergebühren in der Regel. Und beim Secondary Market hast du auch den Nachteil, dass du keine Vergünstigung bekommst. Beim Off-Plan ist es oft so, dass du einen Payment-Plan bekommst, also einen Zahlungsplan über mehrere Jahre. Du bekommst teilweise auch Rabatte, wenn du Cash zahlst, du bekommst einen ROI, also einen Return on Invest teilweise von Bauträgern. Also wirklich sehr, sehr spannende Dinge und jetzt schauen wir uns einfach mal das Projekt an, was ich persönlich jetzt ausgewählt habe, wo ich persönlich investiert habe. Du siehst hier übrigens meine nette Maklerin, die kannst du übrigens auch gerne kontaktieren. Ich habe dir mal ihre Kontaktdaten unten in die Videobeschreibung reingepackt und hier siehst du einmal das Modell der Immobilie, die ich eben hier gekauft habe. Natürlich habe ich nicht das gesamte Gebäude gekauft, sondern hier eine Einheit, ein One-Bedroom-Apartment. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, denn die Immobilie schaut allein als Modell schon sehr, sehr interessant aus. Und du siehst auch, fast jedes Apartment hat einen kleinen Private Jacuzzi auch dabei und ich habe mich hier in der fünften Etage ganz, ganz oben im Prinzip eingekauft. Und es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Immobilie, ein tolles Projekt und was ich auch ganz, ganz super fand, ich konnte mir das im Prinzip im Vorhinein auch schon anschauen, wie das jetzt ausschaut. Also es ist eine Off-Plan-Immobilie, die noch nicht besteht, aber der Bauträger hat hier im Prinzip schon einmal die komplette Wohnung eingerichtet. Du kriegst das Paket auch genauso, quasi mit den exakten Möbeln und so weiter, kannst du dazu kaufen. Und dann schaut im Prinzip dein Apartment genauso aus. Also du siehst im Prinzip schon das Apartment, was ich jetzt dann eben gekauft habe. Als Off-Plan-Immobilie siehst du im Prinzip hier schon genauso, wie es aussehen wird. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und du siehst auch, das Niveau von den Einrichtungsgegenständen oder die Qualität ist sehr, sehr hoch. Also da kenne ich durchaus deutsche Immobilien, die schlechter eingerichtet sind. Und hier bekommst du eben ein Komplettpaket, wo eben alles schon von einem Designer vorgeplant ist und du das eben ganz, ganz entspannt so haben kannst. Ich bin übrigens nicht in diesem Raum gerade. Also ich bin weder hinter der Kamera noch vor der Kamera. Wie gesagt, das ist meine Immobilienmaklerin des Vertrauens, bei der ich eben auch gekauft habe. Und letztendlich, das ist so, das ist One-Bedroom-Apartment, was ich eben auch letztendlich jetzt hier erworben habe. Und ja, für mich macht es einen sehr, sehr guten Eindruck. Ist alles sehr, sehr hochwertig und ist eben im Prinzip sehr, sehr interessant, eben auch für jemanden, der in Duva eine Wohnung sucht. Und natürlich, neben der Immobilie an sich, sagen viele Makler immer Lage, Lage, Lage. Das ist das Entscheidende. Wir sind hier in Yajumera Village Circle. Das ist nicht die Top-Lage, aber das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte hier durchaus eine Gegend noch mit Entwicklungspotenzial, die noch nicht ganz so populär ist. Und natürlich ist die auch etwas günstiger. Du siehst es aber hier, wir sind nicht ganz so weit entfernt von der Palme, die da sehr, sehr beliebt ist und auch gar nicht so weit von Burj Khalifa, von Downtown. Sind jeweils rund 20 Minuten entfernt mit dem Auto oder rund 20, 25 Kilometer. Also durchaus nicht Prime-Lage, also nicht Bestlage, aber eben, wie gesagt, du musst nicht in die Bestlage investieren, wenn du jetzt auch gerade noch nicht so viel Budget hast. Wie gesagt, 300.000 Euro habe ich. Und das ist eben für Yajumera Village Circle, was eine aufstrebende Gegend ist, wirklich sehr, sehr interessant. Meine Immobilie hat eine Wohnfläche von 814 Square Feet. Das sind rund 76 Quadratmeter. Das Gebäude ist sehr, sehr stylisch. Also du hast ja gesehen, mit vielen auch coolen Sachen, wie einem Pool, einem Gym, einem Parkhaus. Es hat fünf Stockwerke, also es ist jetzt kein riesen Betonbunker, der jetzt irgendwie 100 Stockwerke so gefühlt hat. Und das persönliche Highlight, wie ich finde, Private Jacuzzi auf dem Balkon. Jedes Apartment hat, oder fast jedes Apartment hat, einen Private Jacuzzi auf dem Balkon und ist auch wirklich sehr, sehr interessant dann eben für Mieter. Ja, Fertigstellung im Frühjahr 2025, also rund zweieinhalb Jahre an Bauzeit. Das ist auch in Ordnung, wie ich finde. Und jetzt kommen wir zur spannenden Frage. Wie viel kostet mich die Immobilie? Das sind rund 1,1 Millionen, die ihr haben. Das sind rund 312.000 Euro. Kauf Nebenkosten, du zahlst für das Land Department, also quasi für den Start hier, 12.504 Euro. Und eben auch nochmal Fees, also Gebühren an den Bauträger. Insgesamt komme ich auf rund 325.851 Euro, die mich diese Immobilie kostet. Aber da kommt noch etwas ganz, ganz Interessantes. Und das möchte ich natürlich jetzt auch nicht vorenthalten, denn ich habe hier auch ein bisschen gehandelt, beziehungsweise einen guten Deal rausschlagen können. Und habe hier eben ein besonderes Angebot bekommen. Wie gesagt, also das Gesamtangebot, du siehst hier Kaufpreis plus Kaufnebenkosten aufgeführt. Wenn du das aber 100% Cash auf den Tisch legst, also natürlich in Anführungszeichen Cash auf den Tisch legst, also wenn du 100% direkt am Anfang zahlst, bekommst du hier in dem Fall, also bei diesem Objekt, 8% jedes Jahr über drei Jahre vom Bauträger eben als Gutschrift wieder. Das heißt, ich bekomme rund 93.370 Deal haben eben an Rabatt. Also das bekomme ich vom Bauträger. Also der, der dieses Objekt baut, der sagt eben, okay, wenn du mir am Anfang schon 100% vom Kaufpreis gibst, ja, dann gebe ich dir natürlich etwas zurück davon, weil ich muss dann eben keine Kredite bei der Bank aufnehmen. Ich habe das Geld sofort, kann das eben für den Bau hernehmen und so weiter. Also das ist sehr, sehr spannend. Und wenn man jetzt mal meine Investitionsrechnung anschaut, wie gesagt, mal mit diesem 8% ROI-Deal plus die jährliche Wertsteigerung von 5% und den Mieteinnahmen von ungefähr 100.000 Dirham, das habe ich mir sagen lassen, was man dort verlangen kann, plus eben eine Service-Charge, die abgezogen werden muss. Also in Dubai zahlst du jedes Jahr eben für deine Immobilie eine Service-Charge. Da ist dann aber auch die komplette Instandhaltung dabei von 15.000 Dirham in dem Fall pro Square-Feed. Dann siehst du hier einen effektiven Kaufpreis von 936.473 Dirham. Wenn man die Kauf-Nebenkosten und denn dieses ROI-Angebot mit einbezieht, jährliche Einnahmen von rund 100.000 Dirham an Mieteinnahmen plus jährliche Ausgaben für die Service-Charge eben von 12.210 Dirham macht einen jährlichen Gewinn von 87.790 Dirham. Vorausgesetzt, ich finde natürlich einen Mieter und so weiter. Das ist immer ganz klar. In dem Fall macht das eine Gesamtrendite pro Jahr von rund 9%. Plus gegebenenfalls, wovon ich ausgehe, 5% Wertsteigerung der Immobilie. Was vielleicht auch noch ein bisschen pessimistisch oder etwas sehr konservativ gerechnet ist, weil wirklich der Dubai-Immobilienmarkt sehr, sehr stark am Boomen ist. Letztendlich also mit den 9% und der 5% Wertsteigerung gegebenenfalls eben sehr, sehr zufrieden. Und wenn du dich jetzt natürlich fragst, okay, wo hat Flo gekauft? Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung habe ich dir die Kontaktdaten von meiner Maklerin eben ja einmal hinterlegt, beziehungsweise ein Kontaktformular, wo du sie einfach kontaktieren kannst. Dort kannst du einfach mal unverbindlich anfragen. Die spricht Deutsch und ist hier in Dubai wirklich bestens vernetzt und kann hier wirklich sehr, sehr gute Deals dir eben auch anbieten. Und in dem Fall bin ich auch sehr, sehr happy, dass ich eben diesen Deal gefunden habe, wenn ich dort über dieses Projekt und über meine Immobilieninvestitionen noch regelmäßig berichten soll. Ist jetzt mein erstes Video dazu. Dann schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich das machen soll und dort auch regelmäßig Updates bringen soll. Und da mache ich das auch sehr, sehr gerne. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr spannend, neben Aktien, Krypto und P2P-Krediten auch solche Investitionen mal anzugehen und bin da sehr, sehr gespannt auf die nächsten Monate und Jahre. Ja, und ansonsten auch großes Dankeschön für das tolle Kanalwachstum. Wenn du übrigens noch kein Abonnent bist, wir sind 87.000 Leute, die schon auf diesem Kanal dabei sind. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auch noch dazu kommst. Und ansonsten, wie gesagt, lass gerne dein Feedback in den Kommentaren dazu diesem Video, aber auch gerne zu Immobilien generell. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute, viele schöne Renditen, egal ob mit Aktienrenditen oder mit Krypto-Renditen oder eben mit Immobilienrenditen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Mach's gut, dein Flo Farrell.